Wie ist das für mich? Wie ist das für mich? Hallo Leute, Lockdown hier! Und neben mir steht der Steven, der deutsche Mann, der Kinolief. Ach, danke dir. Steven, kurzer Kommentar. Transformers 4, wie hat er dir gefallen? Super, aber ich glaube, man muss mit der richtigen Einstellung in so ein Film gehen. Also ich glaube, wenn man viel Story erwartet, dann bekommt man es nicht. Sondern man muss sich einfach fein lassen. Es ist ein perfektes Popcorn-Kino. Also ich glaube, es gibt kein Besser, als Michael Bay, der so etwas umsetzen kann. Es ist spektakulär. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin schon so alt, dass ich nach zweieinhalb Stunden so ein bisschen darauf achten musste, welcher Autobot kämpft gegen welchen Recepticon und wo kommen die Darnobots her. Aber ich finde ihn super. Ich mag sowas total gerne. Ich bin damit aufgewachsen. Ich kann mich da ansatz sehen. Ich habe ihn jetzt innerhalb von drei Tagen zweimal gesehen und das sagt er im Prinzip alles. Ja, wunderbar. Michael hat es ja in deinem Interview mal, ich zitiere da mal wortwörtlich, als ein Ritt durch die Hölle beschrieben. Könnte man so unterschreiben, oder? Ja, also ich glaube für den Zuschauer ist das ja mittlerweile fast nicht nur ein Jurerlebnis, sondern das ist ja so ein Amusement-Park-Ride. Also ich würde mir wünschen, dass das Transformers-Film in Zukunft in 4D wird. Damit du mit ruckeln kannst und Rauch und dann zusätzlich noch, keine Ahnung, Gerüche und was da alles passiert. Ich glaube, das wäre der Ultimate-Ride. Aber es ist super. In den Universal-Studio-Parks gibt es das ja. Ja genau. Aber stell dir mal vor, 2-3 Viertelstunden hier Age of Extinction drehst du völlig durch. Das wäre in der Ahnung auch. Das musst du dann erstmal glaube ich in Reha gehen. Und mit jedem Stampfen von Grimlock dann die Erde vibriert. Ja genau, aber das finde ich super. Also ich glaube auch, dass mittlerweile, wenn du dir mal überlegst, wo die Special-Effekte mittlerweile geleitet sind, in den letzten CGI-Effekten, das ist echt bombastisch. Also die Verwandlung. Es gibt diese eine große Art Szene von Optimus Prime, wie an der Gas Station, ne, sich erst groß macht und dann redet mit Kate, also mit Nicola, mit Mark oder mit Jack und dann sagt sie, ich check jetzt mal, ob wir hier sicher sind und sich verwandelt und dann automatisch weiterführt, ne. Genau. Das sieht so sender zu nass. Also ich glaube mittlerweile wirklich, dass es die Autobots und Decepticons gibt. Definitiv. Ist auch wunderbar als Spielfigur umgesetzt worden. Die Figur, die haben wir beide auch. Diese Optimus Prime ist dieser alte Flatnose Truck, nennt man die ja. Und die Verwandlung quasi fast schon eins zu eins umgesetzt. Also ich habe eben gerade auch gehört, du bist ein total begeistert. Definitiv. Ich habe 800 Figuren zu Hause. Echt? Die wäre so japanische da, warum auch. Okay. Und das importieren wir die regelmäßig, weil, naja, sagen wir es mal, deutsche Distribution nicht ganz so gut hier. Und sind die eingepackt oder packst du die aus? Teils, teils. Die jetzt aus den letzten Jahren, die musste ich leider eingepackt lassen, weil mir ist der ganze Stauraum ausgegangen und die kann man dann eingepackt doch ein bisschen besser verstauen, dass man die so übereinander stapelt. Das geht ein bisschen besser. Schlecht. 800 Figuren? Ja. Ich hoffe, dass da auch ein bisschen an Wert drin wird. Ja, definitiv. Ich hoffe, dass wir nicht mit dem jetzigen Film, dass noch genug Figuren rauskommen, aber wir kennen ja alle Hasbro, dass ich über 1000 komme dieses Jahr. Du, aber das hat der Hasbro, glaube ich, auch gesagt. Wenn du dir überlegst, dass der erste Film hat über 700 Millionen Dollar gespielt, der zweite über 800, der dritte über eine Milliarde. Ja. Dann hat der Typ ja von Hasbro gesagt, der Chef hört mir zu, es ist ja super, dass die Filme so erfolgreich sind, aber ihr benutzt immer die gleichen Roboter. Wir müssen ein paar neue mal reinpacken. Ich meine, mit den Dino Birds. Oh, ja. Um nicht drüber zu reden, wenn die erstmal auf den Markt kommen, dann bist du der Erste, der die kauft. Die ersten habe ich erstmal schon. Achso, okay. Die haben wir uns schon importiert. Achso. Da konnten wir nicht warten. In den USA sind die schon im Mai rausgekommen und dann haben wir uns die sofort besorgt. Dann guck ich sie mir auch mal. Wie groß sind denn diese? Die sind, äh, äh, was sag ich nochmal so, der Rimmel. Der gibt's als Voyager ungefähr in der Größe. Obst du in jeder Figur? Die gibt's wahrscheinlich dann nur bei Toys R Us. Die ist so groß, die ganze Brust ist schon chrom. Das Ding sieht richtig, richtig nach Bling aus. Ja, okay. Und ist schon, ist schon richtig da. Der hat auch seine große Keule dabei. Alles dabei, was man sich wünscht. Definitiv. Ja wunderbar, Mensch. Dann viel Spaß, ne? Wir fahren jetzt noch zu Toys R Us. Ja, siehste. Und ankommen. Tschüss. Steven, Dankeschön. Ja, sehr gerne. Danke dir. Ich kann dir leider nur den Link, aber die kommen vom Herzen.